Wenn die Leute jetzt behaupten, dass wir irgendwelche gefühlslosen Geldsäcke sind, dann kotze ich. Du hast jetzt viel Zeit, was zu machen, das du nicht gemacht hast. Guck mal, mein Baby. Es sind heute x Fragen, die die Spieler haben, wenn die kommen. Wir spielen Fußball auf der einen Seite, ja, aber ich habe alle ein Familienleben. Jeden Tag machen wir FaceTime und es ist wichtig, was in Spanien passiert. Es sind über 50.000 Angestellte, um die geht es jetzt. Ich glaube schon, dass diese Situation alles verändern wird, auch den Profifußball. Am Ende ist alles, was wir machen, freiwillig. révolt ist alles, was wir machen. Nein, ich glaube schon, dass die Leute ja, aber wir können